So Leute, wir spielen hier ein wenig in Overwatch, den neuen Workshop. Da gibt es jetzt viele Möglichkeiten, sein Spiel so zu erstellen. Und wir spielen... Oh, man kann sich selber boosten. Und wir spielen... Gun Game. Indem man seine Helden wechselt. Und wo ist die andere? Da joinen gleich noch welche rein. Keine Angst. Da oben. Okay, komm, komm. Ich bin Profi, Anna. Nicht? Nein. Shit. Aber sie hat ganz gut noch gefressen gehabt. So, jetzt hole ich mir was in der Tat kommen. Das ist so langsam. Ja. Jawoll, da haben wir ihn. Die letzten beiden Runden, die waren jetzt halt nicht so... Ähm... ...wirklich erfolgreich, aber... ...der Kreislauf beginnt von vorn. Okay, oh, einmal habe ich ihn. Das macht ja ultra viel Damage. Also ich treffe ihn ja richtig gut. Ah, jetzt sind wir gespawn, sehr gut. Ah, jetzt sind wir gespawn. Sehr gut. wie seid ihr nur einen schuss aber egal ich brauche gar nicht mehr jetzt habe ich zwei hier nein nein ah gottes willen ok ja hätte ich auch drauf kommen können okay das ist cool okay die ist auch weg also die ist ja netter man kennt sie das ist so nervig holy shit okay ich habe sie diesmal ist es auch wirklich eine sie lol war ich das ja das war halt echt nicht nein die war saudo da unten ich bin zweiter cool sehr schön auch neben dem kann ich gar nicht nein alter jetzt waren es schon zwei kills die gesteuert wurden nein ach endlich holy shit jawohl jawohl ja in sich ist gut getroffen sechs ein alt ära später 2000 ära später ja fast ok reinhard kommt schon rein nein diese war dann niemand mehr ja sehr gut ok das mit der ja auch habe ich habe sie weil die kann weder primär noch sekundärfeuer nutzen das ist richtig geil auch und der kann es nur sekundär genau und dafür kann er die ganze station das cool ich habe sie endlich nein 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 oh gott ja platz 7 obwohl ich jetzt so krass war nicht so stark moin das müsste mein kill sein oder ich habe die runter geschossen hä was soll das naja egal komm das ist meiner geht doch oben ja moira moira ist cool fuck das ist richtig knapp ja endlich okay oh nein was man muss in dem mode bleiben seriously was was ist das denn für ein kack bitte man wirkt sich so mega langsam hä was egal ich glaube wir sind immerhin sechster oder so was die siebte danke für gar nichts dann bewertet den part haut rein und wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dann tschau